Die Weltmeisterschaft aus deutscher Sicht Geschichte. Da ist es gut, dass es auf Schalke wieder losgeht. Leistungsdiagnostik in Medikos mit den königsblauen Profis und natürlich auch mit dem Neuschalker Marc Uth, der schnell von Schalke begeistert war. Der Trainer spielte immer eine wichtige Rolle. Ich habe sehr früh gute Gespräche geführt. Schalke 04 ist ein Riesenverein und die Fans, die Fankultur reizt dann schon sehr. Deswegen freue ich mich auf die Zeit mit den Fans. Ich hoffe, dass ich hier genauso viel Spaß haben werde wie in Hoffenheim. Nun aber ist er auf Schalke. Natürlich hoffen sich die königsblauen Verantwortlichen, dass er hier seine Stärken von Beginn an einbringen wird. Doch unter Druck setzen will sich der 26-Jährige erstmal nicht. Ich will jetzt erstmal ankommen, die Jungs alle kennenlernen, in der Geschäftsstelle jeden kennenlernen. Dann schauen wir mal, wie die Vorbereitung läuft. Hoffentlich wird es so erfolgreich wie in den letzten Jahren.